20 Dinge, die ich als Feuernation anders gemacht hätte. Okay. Ich hätte mir keine 100 Jahre Zeit gelassen und dem Avatar Zeit gegeben, mir die Tour zu versauen. Ich hätte nicht die Drachen getötet, um dann erstmal gar keine Luftoffensive zu haben und dann teuer Luftschiffe bauen zu müssen, von denen ich eh zu wenig hätte, um die ganze Welt zu erobern. Ich hätte den Kriegsminister nach der Bora-Blamage bei Ba Sing Se entlassen und nicht bis zum Ende in seinem Amt gelassen, wo er mich dann auch noch ohne weiteres an den Avatar verpfeift. Inkompetenter Keck. Ich hätte keiner 14-Jährigen das Kommando über eine Invasion gegeben. Sie ist 14 und offensichtlich psychisch nicht so ganz knorke. Ich hätte einfach Sandbändige gefragt, ob sie die Bauer von Ba Sing Se einreißen und dann mit Geld für den Bora gespart. Ich meine, 5 oder 6 Dailies haben gereicht. Warum so umständlich? Ich hätte den Südpol eingenommen, als klar war, dass gar keine Krieger mehr da sind. GGEs outplayed. Bitch. Ich hätte die leer stehenden Lufttempel als strategische Stützpunkte genutzt, statt sie unnütz vergammeln zu lassen. Die Position auf der Karte wäre Gold wert gewesen. Ich hätte viel früher versucht, den nördlichen Wasserstamm zu erobern. Seid halt einfach nicht so doof und marschiert bei Vollmond da rein und lasst euch 100 Jahre Zeit, ihr Idioten. Ich hätte die Hauptstadt mit den wichtigsten Leuten des Landes nicht auf einem aktiven Vulkan gebaut. Oh Mann. Ich hätte nicht zugelassen, dass meine Admirelle den Mondfisch für ihr eigenes Ego töten, obwohl das einfach saudumm ist. Ich hätte den Idioten eh schon anlassen, nachdem er selbst seine eigenen Schiffe versenkt hat, weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Ich hätte Jau auch verboten, Iro wieder als General aufzunehmen. Bei einem Sieg am Nordpol hätte er als potenzieller Held zurückkehren und den Thron streitig machen können. Meine Fische, die müssen noch mehr. Ich hätte nach Lutenz Tod einfach einen anderen General an die Front geschickt, statt einen Sieg zu verschenken. Ich hätte schon viel früher versucht, das Erdkönigreich undercover zu infiltrieren. Wieso kommt da nach 100 Jahren eigentlich erst eine psychisch labile 14-Jährige drauf? Wenn ich schon keine Drachen mehr habe, weil mein Ego zu groß war, um sie am Leben zu lassen, hätte ich wenigstens versucht, die Bisons der Luftnomaden für mich zu nutzen. Offensichtlich gab es ja noch welche. Ich hätte den Sprüh-Sprüh-Knall-Bumm-Mann in eine Uniform gesteckt und an die Front geschickt. Der kleine Knallkopf hat offensichtlich mehr drauf, als eine ganze Kompanie Fußsoldaten. Und wenn schon nicht als Soldat, dann als bezahlter Söldner. Geld regiert dies und alles. Ich hätte als Phönix-König nicht angefangen, die gesamte Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Wenn es nichts weiter gibt als die Feuernation, weil alles andere verbrannt ist bis zum Grund, kannst du dir den Weltherrschertitel halt auch einfach sparen. Ich hätte keine psychisch labile 14-Jährige zum neuen Feuerlord gemacht. Eher hätte ich das Amt aufgelöst, als sie meine ohnehin in Teilen bettelarme Nation noch weiter in den Abgrund führen zu lassen. Wenn ich mich schon von Ba Sing Se zurückziehe, weil der Sohn des Generals umgekommen ist, hätte ich wenigstens den Rest des Erdkönigreichs eingenommen. Ich meine, wenn die Armee es geschafft hat, durch den ganzen Kontinent bis zur Hauptstadt zu marschieren, werden sie wohl nicht auf allzu viel Gegenwehr gestoßen sein. Eigentlich gibt es auch keine größeren Städte als Omaschu und Ba Sing Se. Also wo ist das Problem? Ganz ehrlich, ich hätte den Avatar töten lassen, sobald man ihn hat. Wen juckt es denn, ob er wiedergeboren wird? Für die nächsten Jahre kann er eh nichts machen, außer sabbern. Das ist tausendmal besser, als ihm die Chance zu geben, meine Pläne im Kratos-Rage-Mode zunichtet zu machen. Ich hätte gar keinen Krieg angefangen. Das war offensichtlich doof. Das war aufensichtlich des Erdkönigreichs. Das war aufensichtlich des Erdkönigreichs.